Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Hallo, grüß Gott. Mein Name ist Gabi Schmidt. Ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Ja, dank ihrer Disziplin und dank ihrer Vernunft sind wir zu einem guten Schritt weitergekommen in diesem Corona-Jahr, in dieser Gesundheitskrise. Und mit unserem Bayernplan in der Umsetzung sind wir wirklich wieder ein Stück weiter. Was ich am allermeisten vermisse, das ist wirklich Familienfeste nachzufeiern. Ich habe einen 30-jährigen Hochzeitstag gehabt. Mein Papa ist 80 geworden. Und was man so vermisst, da geht es mir wie ihn, das ist, dass ich mit meinen Nachbarinnen in meinem Hof sitzen kann und ratschen kann. Eigentlich sind es die ganz kleinen Sachen, die man am meisten vermisst. Hab ich auch überlegt, Weinfeste und, und, und. Nein, das Kleine ist es. Und besonders wichtig ist mir gerade in diesem Haus da drin, dass die Bürger wieder kommen können. Und ich hoffe, das passiert bald, damit Sie sehen, wie Demokratie ist. Gerade in einer Zeit, wo Menschen außen stehen und sagen, wir haben keine Demokratie, das stimmt nicht. Sind Sie Gast hier im Landtag? Sind Sie wieder Gast in diesem Haus? Und machen Sie sich ein Bild, wie wir Politiker uns jeden Tag auch immer wieder ein neues Bild machen und Ihnen helfen wollen. Dankeschön und alles Gute und ein viel, viel besseres Jahr. Dankeschön und alles Gute und ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020